Hallo liebe Steinbockfrau, lieber Steinbockmann, hier ist die Inbal von Inbalstarro.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 27. April bis 3. Mai aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar, das heißt, wenn du runterscrollst, findest du irgendwann den Kommentarbereich und dort im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung, zur Monatslegung und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Heute arbeiten wir mit den Crazy Sexy Love Notes Karten, okay? Die sind dort auch aufgeführt. So, schauen wir doch mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also, Steinbock, 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 Steinbock. An die, die neu sind, ich arbeite bei intuitiven Legungen immer zuerst mit inneren Visionen und gehe dann zu den Karten über. Also, schauen wir mal. Geben wir bitte ein Bild zum Liebesleben von Steinbock vom 27.04. bis 3.05. bitte. Das ist sehr interessant. Steinbock, du stehst auf einer grünen Wiese und du atmest Wolken ein. Also, du stehst da in Menschengröße. Die Wolken sind ganz nah, so kleine Cumuluswolken. Cumuluswolken. Das sind so diese kleine, kleine, so diese Wolken, die wir kennen. Die, die die meisten aus Kinderzeichnungen etc. kennen. Solche Wolken ziehst du bei jedem Atemzug ein. Luft steht im Tarot für Schwerter. Luft ziehst du ein und dabei werden so diese Wolken in deine Nase so hineingezogen. Und Wolken, die sind, die bestehen aus Tröpfchen, Wassertröpfchen. Und das ist sogar richtig nass. Da gab es mal eine Expo in der Schweiz. Da bin ich in einer solchen Wolke gewesen. Die hatten so eine künstliche Wolke. Da kommt man klatschnass raus. Klatschnass. Und ich glaube, Steinbock, dass du nächste Woche klarer sehen wirst, wem dein Herz gehört. Du wirst klarer wissen, von welchem Menschen du wirklich Liebe erhalten hast. Weil du willst Luft einziehen, Informationen darüber haben, wer dich wirklich liebt. Und du ziehst da Wolken in dich hinein. Wolken sind diese Flüssigkeit. Und du kannst nächste Woche sehr gut einschätzen, wer dich wirklich liebt und wer nicht. Okay? Schauen wir mal. Holen wir uns mal eine Karte hervor. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Steinbock für nächste Woche vom 27. April bis 3. Mai, bitte. Du hast gleich zwei. Dann hast du eine lange Lesestunde. Be a natural beauty sei eine natürliche Schönheit, heißt es hier. Da bist du auch draußen in der Natur und atmest ein. Schauen wir mal. Also, ist auf Englisch. Ich übersetze hier Synchron. Dein gesamter Körper ist wertvoll. Suche also Pflegeprodukte aus, die dein Bewusstsein über deinen Körper zeigen und wie sehr du auf Selbstliebe bestehst. Die Produkte, die du an deinen Körper lässt, sollen dir zeigen, wie sehr du deinen Körper liebst. Sag nein zu giftigen Inhaltsstoffen und ja zu den gesündesten Zutaten. Du verdienst es gut auszusehen, dich gut zu fühlen und du bist es wert, dir diese Mühe zu geben, sei eine natürliche Schönheit. Das ist ganz klar. Ich glaube, bei Waage ging es darum, ein Mensch, der sich selbst liebt, ist gepflegt. Das ist einfach so. Menschen, die sich selbst lieben, sind gepflegt. Warum? Weil man sich ja eben liebt. Ungepflegte Menschen lieben sich nicht. Das ist ganz einfach. Ich diskutiere gar nicht drum. Ungepflegte Menschen lieben ihren Körper nicht. Gepflegte Menschen lieben ihren Körper und sind dann auch imstande, Liebe zu geben und wahre Liebe zu erkennen. Das hat mir auch in deiner Vision, hat dich das gemerkt, dass du viel klarer jetzt weißt, wer dich wirklich liebt und wer nicht. Und das weißt du wodurch? Dadurch, dass du dich selbst liebst. Woher weiss ich, ob mich jemand liebt oder nicht, wenn ich mich selbst gar nicht liebe? Leute, ich kann es ja gar nicht wissen, wie ist es jetzt für mich, als Ingmar mich zu lieben? Was heißt das? Wenn ich mir die Haare nicht wasche, wenn ich nicht gesund esse, wenn ich auf dieses nicht dachte, auf jenes nicht dachte, worauf soll denn bitte mein Gegenüber achten bei mir? Sollen die meine Haare waschen? Sollen die schauen, dass meine Haut schön fein bleibt? Das sind solche Dinge. Aber dadurch, dass ich weiss, wie es ist, mich selbst zu lieben, weiss ich auch, was ich von meinem Gegenüber erwarte. Die zweite Karte. Oh, sag, dass es dir leid tut. Oh, Steinbock. Steinbock. Trägst du Reue mit dir herum? Gibt es da eine Beziehung, die Heilung benötigt, du aber überhaupt nicht weisst, was du sagen sollst? Gib deinem Stolz eine Pause und starte einfach mit, es tut mir leid. Übernimm Verantwortung und erkenne deine Rolle in dieser Situation. Entschuldige dich für sie und für dich. Dann lass es gehen und sei dann sehr stolz auf dich. Nachzugeben ist nicht einfach, aber es ist ein Riesenschritt auf deinem spirituellen Weg. Bravo. Steht hier. Bravo. Steht hier. Das ist auch dieses Selbst reflektiert auf den anderen oder dieser Stolz da, der da ist. Tu was, das dich stolz auf dich selbst macht. Mach diesem Stolz, der dich davon abhaltet, dich hier zu entschuldigen. Mach diesem Stolz alle Ehre und tu etwas, das diesen Stolz da in dir achtet. Achtet. Du hast da einen Stolz. Gut, dann tu etwas, das dich stolz auf dich selbst macht. Schauen wir doch mal. Schaut mal, was dir angestellt hat. Dieser arme Hund hat eine Pflaster hier im Gesicht, auf der Schnauze. Seht ihr, was dir angestellt hat? Ich hatte genau einen solchen Hund damals. Der sah natürlich nicht genau so aus, aber das war ein Appenzeller. Die sehen ähnlich aus. Und genau eine solche Katze, wie heißen die? Siamessische? Nein, nicht Siamessische. Keine Ahnung, irgendeine ägyptische Gattung. Das war 1999 war das. Da war ich zehn Jahre alt. Und meine Katze hatte diesen armen Hund immer wieder so verhauen. Und der arme Hund, der blieb immer cool. Und am Schluss machten sie dann Frieden. Und als wir sie dann einschläfern mussten, war er unglaublich traurig. Weil seine Verprüglerin da weg ist. Mein Gott, die sehen genau wie die aus, die ich hatte. Herrlich. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Steinbock. Hoppala. Vom 27. April bis 3. Mai, bitte. Die Herrscherin. Wenn es eine Karte im Tarot gibt, die Selbstwert darstellt, dann ist das die Herrscherin. Die Herrscherin steht für Kosmetik, steht für Haare färben, steht für Shopping. Auf sich selbst schauen. Sich mit all dem Materiellen auf der Erde, womit man sich schön machen kann, schön machen. Und mit materiell ist jetzt nicht gleich Kosmetikprodukte oder so gemeint. Auch alles von der Natur, alles Fassbare nimmt man, um sich selbst zu verschönern, sein Selbstwert sich selbst zu geben. Das bist du, Steinbock. Nächste Woche, du erkennst deinen Selbstwert, eine Herrscherin mitten in der Natur. Beide mit Geflechten im Kopf, Verzierungen auf dem Kopf. Die Kleidung ist ähnlich, wenn nicht sogar, nein, nicht gleich, aber ähnliche Kleidung. Du schaust auf dich nächste Woche, Steinbock, und das lässt in dir diese Selbstliebe hervorkommen. Königin der Münzen. Gericht. Kaum kommt diese Selbstliebe in dir auf, kaum erkennst du, wie es ist, dich selbst zu lieben. Kaum bringst du es dir selber bei, wird dir klar, wem dein Herz wirklich gehört. Wer dich wirklich geliebt hat, wer sich wirklich um dich gesorgt hat. Die Königin der Münze hält hier sehr sorgfältig die Münze in der Hand. Und bei der Königin der Münzen geht es sehr oft um das Wohlbefinden des Anderen. Die Königin der Münzen ist sehr um das Wohlbefinden anderer besorgt. Besorgt. Es ist ihr einfach wichtig. Und das wird dir klar. Durch deine Liebe zu dir selbst merkst du, wer dir da wirklich Liebe gegeben hat. Die Tötö-Karte. Aster-Kelche. Neustart in der Liebe. Steinbock. Du willst hier alles, was zwischen euch passiert ist, zurücklassen? Und komplett neu starten mit diesem Menschen? Königin der Kirche. Uuuuuh. Uuuuuh. Wie ging das Lied von Justin Bieber? Ich habe den Song im Kopf, aber wie ging der Text? Is it too late to say I'm sorry? Justin Bieber? I'm sorry. Irgendein Lied mit sorry? Na, 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 na. Oh mein Gott, mein Musikverständnis. Is it too late to say I'm sorry? Hört euch das an. Da könnt ihr es Message für euch geben. Es tut mir leid, Baby. Ist es schon zu spät? Ich liebe dich. Ich will einen Neustart. Steinbock. Ge passa, ge passa. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein. Wer auch immer nächste Woche Selbstliebe für sich entdeckt, will sich hier entschuldigen. Neustart in der Liebe. Man folgt dem Herzen. Wunscherfüllung hier. Ich habe hier die Herrscherin und Wunscherfüllung als erste und letzte Karte. Hier zeigst du dich nun komplett verletzlich, Steinbock. Ich glaube, das kommt gut. Ich glaube, das kommt gut. Dein Gegenüber. Ich glaube, dass dein Gegenüber, sobald du dich verletzlich zeigst, bereit dazu sein wird, die Vergangenheit zurückzulassen. Das ist ja eine Sache mit Vergangenheit zurücklassen. Es soll ja ausgesprochen werden, was genau zurückgelassen werden soll. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, hey Baby, lass uns vergessen, was alles passiert ist. Ja, dann definier doch mal. Meinst du die Eiscreme, die wir damals hatten und deinen wunderschönen Tag? Oder meinst du diese Sache da, wo du mich so und so behandelt hast? Und sobald du dich hier Steinbock offen zeigen würdest, diesem Menschen, Wunscherfüllung. Und soll ich dir was sagen? Diese Königin der Münzen, man sieht es vielleicht hier am Bildschirm nicht so gut, aber die guckt hier rüber und wartet darauf, dass sie angesprochen wird. Ich werde jetzt hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann werden wir sehen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte. Dann wissen wir, wann das ungefähr sein wird. Und mit diesem Karten Steinbock werde ich nachfragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.